Hallo lieber Krebs und herzlich willkommen zu einer neuen Legung hier auf dem Kanal, in der wir uns heute anschauen, wie die Energien im November für dich stehen. Das Ganze mache ich mit dem Magic Soul Tarot, das ist mein neues Tarot, welches jetzt im November veröffentlicht wird. Vorbestellen kannst du das bereits, den Link dazu schreibe ich dir unter das Video. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir mal. Ich lege heute das Keltische Kreuz, ich habe mich aber dazu entschieden, das Keltische Kreuz anders auszulegen. Wir gehen aber im Prinzip in die gleichen Fragen rein, die ich normalerweise beim Keltischen Kreuz beantworte. Was ich als erstes machen möchte, ist aber eine Orakelkarte ziehen und zwar vom Kraft für deine Seele Orakel von der Anja Plattner, die auch beim EMF Verlag ist, habe ich hier diese kleinen süßen Karten und da möchte ich jetzt eine Botschaft für dich ziehen. Die lassen wir aber erst mal verdeckt und schauen sie uns dann zum Schluss an. Die Botschaft für die Krebse und all diejenigen, die den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. So, dann geht es einmal los hier. Dann lasst uns einmal starten mit dem Tarot. Ich wünsche die Karten ein paar Mal ineinander. Guck mal hier, zwei Asse. As der Münzen, As der Schwerter, neue Klarheit, Lösungsansätze, ein erfolgreicher Neuanfang, Durchbruch. Die Karten sind noch ein bisschen stiff hier, weil sie so neu sind. Außerdem sind sie tatsächlich noch ein bisschen dicker als die Seelenreise-Tarot-Karten ganz am Anfang war. Die neuen Seelenreise-Tarot-Karten, die jetzt auch Mitte November wieder verfügbar sind, das ist nämlich die dritte Auflage von dem Seelenreise-Tarot. Deswegen gibt es das aktuell gerade nicht auf Amazon, weil es komplett ausverkauft ist. Die neue Auflage wird genau die gleiche Qualität haben, also wirklich sehr, sehr hochwertig. So, Krebs, 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 Krebs im November. Und da kriege ich das Stopp rein. Dann lass uns mal starten. Die Hauptenergie für dich im November ist, und guck dir das an, da haben wir tatsächlich die Zehn der Kelche. Mit den Zehn der Kelchen haben wir die Energie von Gemeinschaft. Also, du teilst hier schöne Momente mit deinen Liebsten, egal ob das jetzt in einer Beziehung ist, ob das Familie, Seelenfamilie ist. Wir haben erstmal die Hauptenergie für dich im November ist Glück, Liebe und Erfüllung. Und dass du eben schöne Momente teilst mit deinen Lieben. Auch das Thema Gemeinschaft könnte jetzt noch mal noch stärker in den Vordergrund treten. Oder das Thema Familie. Gleichzeitig kann es sein, dass sich ein Wunsch erfüllt, dass du wirklich wunschlos glücklich bist. Du hast hier auf emotionaler Sicht alles, was du brauchst. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Lass uns aber mal schauen, was die Herausforderung ist. Und guck mal, da haben wir das Ast der Münzen. Wir haben das Ast der Münzen und das Ast der Schwerter gerade beim Vormischen gehabt. Das Ast der Münzen ist die Herausforderung. Sprich, hier könnte es um einen Neuanfang gehen, der allerdings mit Herausforderungen kommt. Zum einen, weil es das Element der Münzen ist. Die Münzen, das geht natürlich um alles, was Stabilität und Sicherheit bringt. Es könnte also eine Herausforderung geben bei einem Neuanfang beruflicher Natur oder finanzieller Natur. Es könnte eine Herausforderung geben, die vielleicht auch was mit dem Zuhause zu tun hat. Oder auch gegebenenfalls körperlich könnte da auch eine kleine Herausforderung sein, weil eben Ast der Münzen, Neuanfang im Bereich der materiellen Welt, das kann sich natürlich aufteilen auf diese verschiedenen Lebensbereiche. Das Ast der Münzen sagt mir aber auch, dass mit dem Ast der Münzen haben wir hier eine Chance darauf, an etwas zu arbeiten. Das ist aber in der Herausforderung. Das heißt, es könnte sein, dass es hier eine Chance gibt, an etwas zu arbeiten, um damit auf gewisse Art und Weise einen Neuanfang zu kreieren. Aber das könnte sehr herausfordernd sein. Vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, das ist andersrum. Wir haben immer Blockade oder Herausforderung hier. Wenn wir es eher in die Blockade ziehen, könnte das sogar sein, dass du das Gefühl hast, irgendwas kommt nicht so richtig in Gang. Irgendwie hast du das Gefühl, dieses an etwas Arbeiten kommt nicht wirklich zu Gang. Das könnte auf gewisse Art und Weise blockiert sein hier. Lass uns aber mal weiter schauen. Ich möchte mal gucken, was dein Fokus ist. Die drei der Kirche. Auch da schon wieder das Thema Gemeinschaft. Schöne Momente teilen mit Menschen. Vielleicht, auch wenn wir das uns mal anschauen, Die Münzen ist all das, wofür wir arbeiten. Und es kann einfach sein, dass in Bezug auf Arbeit, dass jetzt vielleicht nicht so die Hauptenergie ist für deinen November, sondern dass das Thema für dich wirklich die Emotionen sind. Emotional glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Es kann sein, dass es hier auch einen ganz besonderen Grund zum Feiern gibt. Drei der Kirche könnte eine Feier darstellen. Es gibt einen Grund zum Feiern. Es gibt Freude. Du bist darauf fokussiert, Dinge zu machen, die dich freuen oder erfreuen. Vielleicht auch hier. Beides sind sehr soziale Karten. Bist du jetzt sehr mit deinem sozialen Umfeld beschäftigt? Vielleicht auch mit der Frage, Hey, welche Menschen geben mir denn Freude? Und mit welchen Menschen habe ich denn eine gute Zeit? Und mit welchen vielleicht weniger? Also das könnte ebenfalls etwas sein, worüber du dir aktuell sehr viele Gedanken machst. Grundsätzlich aber sowohl mit der Hauptenergie als auch das, worüber du nachdenkst und was dein Fokus ist, sehen wir wirklich, ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Freude, sehr viel Liebe, Erfüllung. Ich habe auch das Gefühl, du wirst nicht allein sein. Da sind liebe Menschen um dich herum. Ob das jetzt die Freunde sind, Familie, Seelenfamilie. Aber ich sehe hier eine sehr, sehr, sehr schöne Gemeinschaft, die dir sehr viel Freude bringt und sehr viel Erfüllung bringt. Als nächstes gehen wir in die Position, was emotional bei dir los ist. Und da haben wir die Königin der Münzen. Grundsätzlich ganz stabil habe ich hier das Gefühl. Die Königin der Münzen auf emotionaler Sicht ist jemand, der ist selbstsicher. Du könntest dich also stabiler fühlen, selbstsicherer fühlen. Das Thema Selbstwert wird auch sehr groß geschrieben mit dieser Karte. Und grundsätzlich fühlst du dich hier stabil und sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht jemanden gibt, der dich unterstützt hier. Mit der Königin der Münzen könnte eine gewisse Unterstützung oder Hilfe auf emotionaler Sicht zu dir kommen. Warum emotional? Eigentlich ist die Königin ja jemand, der eher im Materiellen aushilft oder als helfende Hand. Sie liegt aber hier auf emotionaler Ebene. Also wir haben hier, was bei dir emotional abgeht, einen sehr stärkenden Einfluss. Entweder, wie gesagt, bist du das und bist recht stabil und sicher. Oder aber es ist jemand, der dir auf irgendeine Art und Weise hilft und unterstützt, sodass es dir auch emotional besser geht. Was wiederum auch Sinn machen würde mit dieser Gemeinschaft, die wirklich in diesem Monat ganz wichtig zu sein scheint. Lass uns einmal schauen, was hat denn hier hingeführt? Wir gehen jetzt einmal in die Vergangenheit rein. Und da haben wir die zwei der Schwerter. Mit den zwei der Schwertern haben wir hier eine Energie in der Vergangenheit, die dich quasi ins Jetzt gebracht hat. Die zwei der Schwerter ist eine Entscheidung, mit der du unsicher bist. Oder eine Entscheidung, ja, wo du dir vielleicht einfach nicht ganz im Klaren bist, wie du diese Entscheidung treffen sollst. Weil vielleicht auf der einen Seite, wenn man jetzt eine Pro-Liste macht und sagt, hey, das sind die positiven Aspekte und das sind die negativen Aspekte, könnte das sein, dass das vielleicht sehr ausgeglichen ist. Oder dass du zwei unterschiedliche Meinungen in dir hast und sagst, es ist schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Weil auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es diese unterschiedlichen Meinungen. Aber es kann auch sein, dass es hier eine Entscheidung gab, die lange im Unklaren war. Ja, auch das ist möglich. Ja, das ist die Hauptenergie, die ich auch schon für dich bekomme. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, weil wir hier einen herausfordernden Aspekt haben, dass das etwas zu tun hat mit diesem Neuanfang. Also, wir haben hier im Prinzip in der Vergangenheit unklare Entscheidungen, Unklarheit mit Entscheidungen oder Unklarheit mit einer Entscheidung. Ob das jetzt etwas ist aus dir heraus, dass du unsicher warst mit etwas oder dass es eine äußere Entscheidung ist, wo jemand anderes vielleicht eine Entscheidung treffen muss. Aber es gibt hier Unklarheiten und dadurch ein bisschen Konflikte damit. Und ich habe das Gefühl, das ist auch der Grund, warum es hier Herausforderungen gibt mit irgendetwas Neuem, was in deinem Leben entstehen soll. Oder mit einem Neuanfang. Vielleicht ist es deswegen, dass es dir schwerfällt, an etwas zu arbeiten oder an einer Situation wird vielleicht gerade nicht so gearbeitet. Das Fundament wird hier jetzt vielleicht gerade in einer Situation nicht wirklich gelegt. Oder es ist sehr schwierig, hier ein gewisses Fundament zu legen. Auch das könnte sein. Lass uns mal weiter schauen. Als nächstes möchte ich mir angucken, wo, was kommt jetzt auf dich zu? Guck mal, da haben wir, sind schöne Karten hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben zwar eine kleine Herausforderung, aber ganz ehrlich, jetzt das, was auf dich zukommt, zeitnah ist die Mäßigkeit. Und mit der Mäßigkeit, es kann zum einen sein, dass du dich damit natürlich mäßigen musst. Dass du sagst, okay, ich muss, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, in die Harmonie zu kommen, muss ich jetzt vielleicht mich mäßigen in einer Situation oder muss vielleicht ein bisschen was auf die andere Seite der Waagschale tun. Also sprich, mein Klassikerbeispiel, wenn du zu viel gegessen hast, musst du dich vielleicht mäßigen und weniger essen. Wenn du, oder du hast vielleicht eine ganze Zeit lang übertrieben Sport gemacht und hast irgendwie das so ein bisschen übertrieben und dann darfst du da vielleicht auch in die andere Richtung gehen und darfst, na, vielleicht ist Sport nicht das richtige Beispiel. Aber du hast vielleicht viel gearbeitet, machen wir das mal. Du hast viel, viel, viel gearbeitet, warst aktiv, aktiv, aktiv. Jetzt kann es sein, dass es wichtig ist, dir ein bisschen Ruhe zu gönnen, damit du wieder ins Gleichgewicht kommst. Was uns aber auch sagt, dadurch, dass hier, wenn du dich jetzt mäßigst, dass etwas ins Gleichgewicht kommt, in die Harmonie kommt. So, aber es kann auch sein mit der Mäßigkeit, dass vielleicht ein bisschen Disziplin notwendig ist dafür. Was ich aber auch gleichzeitig reinbekomme, ist, dass Ruhe jetzt für dich sehr wichtig sein wird, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, in ein inneres Gleichgewicht zu kommen. Also nimm dir Zeit, sei geduldig in deinem Prozess, in dem es darum geht, dass ich irgendwas ausgleichen möchte, ins Gleichgewicht kommen möchte oder heilen möchte. Wir gucken uns jetzt als nächstes an, was deine Energie ist, bezogen auf die Situation der König der Schwerter. Mit dem König der Schwerter hast du hier eine gewisse Klarheit. Du stehst gefühlt über den Dingen. Ich habe das Gefühl, irgendwas siehst du jetzt recht klar. Du bist grundsätzlich auch in der Lage, klar zu kommunizieren. Also wir haben hier jemand, der ganz klar sagt, hey, in diese Richtung soll es jetzt weitergehen oder in diese Richtung nicht. Das heißt, mit dem König der Schwerter haben wir wirklich diese Energie von Ja oder Nein. Und ich habe das Gefühl, dass du im November sehr, sehr klar sein wirst darüber, was du willst und was du nicht willst. Das heißt, es wird und es kann sein, dass dadurch die zwei der Schwerter, wenn das noch etwas ist, was noch ansteht, diese Unklarheit mit einer Entscheidung, kann es sein, dass du jetzt im November die Klarheit findest mit einer Entscheidung, dass du dich entscheiden kannst, dass du jetzt sagen kannst, in diese Richtung geht es weiter oder in diese Richtung geht es weiter. Mit dem König der Schwerter geht es nicht darum, vielleicht zu sagen, sondern entweder wirklich ein klares Ja oder Nein. Gleichzeitig könnte es sein, und das ist recht spannend, weil du sehr viel Kelchenergie hast, aber mit irgendwas bist du sehr abgeklärt. Ich habe das Gefühl, irgendwas kannst du jetzt ganz klar sehen und ganz klar erkennen und das wird hilfreich für dich sein, weil du dadurch eine sehr starke Entscheidung für dich treffen kannst. Und das kann natürlich sein, was tut dir gut, was bringt dir Freude, weil das dein Fokus ist und das ist auch die Hauptenergie. Die zehn Kelche, drei Kelche, 13 Kelche, 13 ist die Zahl des Todes, ist die Zahl der Transformation. Es könnte sich hier also etwas verändern auf sehr positive Art und Weise, bezogen auf dein soziales Umfeld, auf Freunde, auf Kontakte hier oder auch auf die Dinge, die dich glücklich machen und erfüllen. Und das ist aber die Hauptenergie. Glück, Erfüllung, Freude, Liebe. Das, da ist dein Monat geprägt von diesen Elementen. Und ich habe auch das Gefühl, du bekommst dir wirklich starke Unterstützung. Und deswegen kann es natürlich sein, dass du dementsprechend dich auch gestärkt fühlst. König hier, wirklich jemand, der sehr gestärkt ist, der sehr stabil ist, sehr erfolgreich. Lass uns mal weiter schauen und gucken, was dein Umfeld oder eine gewisse Person für einen Effekt auf dich hat. Okay, es gibt etwas in deinem Umfeld, ob das jetzt eine bestimmte Person ist oder dein Umfeld, dein Außen, eine Situation, die sich in deinem Außen nochmal widerspiegelt. Mit irgendeiner Situation habe ich das Gefühl, die Situation, dein Umfeld oder eine Person führt dazu, dass du dich ein bisschen gefangen fühlst. Entweder sind dir die Meinungen anderer sehr, sehr wichtig und du hast deswegen das Gefühl, dass die Meinungen von anderen Menschen, was andere Menschen denken, könnte dich hier sehr beeinflussen. Auf der anderen Seite könnte es mit dieser Karte aber auch sein, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass es irgendwas in deinem Außen gibt, wo du bewegungsunfähig bist. Irgendwas stagniert, irgendwas entwickelt sich gerade nicht so weiter und das bringt dich in diese Situation, dass du dich ein bisschen stuck fühlst, ein bisschen gefangen fühlst, sag ich mal. Auch das könnte natürlich wieder auf diese neue Energie, die wir hier haben, hindeuten. Also sprich, ein schwieriger Neuanfang, ein Neuanfang, damit Herausforderungen und Blockaden kommt oder der, wo man vielleicht gerade noch nicht so ganz dran, der ist auf gewisse Art und Weise hier, aber irgendwie wird noch nicht so effizient dran gearbeitet, wie man jetzt irgendwie könnte. Vielleicht liegt es daran, dass andere Leute ihre Meinungen hier raufpacken und einen gewissen Fortschritt verzögern oder dich blockieren. Glaubenssätze hier sind gegebenenfalls, die dich beschränken und limitieren. Es könnte auch sein, dass eine andere Person hier gerade in dieser Energie steckt und dich dementsprechend so beeinflusst, dass jemand anderes irgendwie das Gefühl hat, ich kann nicht, ich kann nicht richtig, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist so dieses Wege finden oder beziehungsweise wer nicht kann, wer nicht will, findet Ausreden und wer wirklich will, der findet Wege. Das ist diese Energie hier. Aber wir haben entweder, wie gesagt, diesen Einfluss, dass hier eine andere Person diese Energie hat oder das Umfeld, dein Außen, diesen Effekt quasi auf dich hat. Da ist also gefühlt im Außen eine Blockade oder Herausforderung. Lass uns mal schauen, was deine Hoffnungen und Wünsche sind. Und Erfolg, hier haben wir die, ich mag die Karte auch super gerne mit den Weintrauben hier und überall hier, wir haben hier diese Energie von Erfolg. Du erhoffst dir, dass etwas erfolgreich wird, dass etwas, und das ist ganz spannend, weil wir hier diese Herausforderung haben mit dem Thema an etwas arbeiten, während wir hier die Energie haben, das zahlt sich aus. Es kann also sein, dass du hoffst, dass deine Arbeit oder deine Wartezeit, deine Geduld sich auszahlt und etwas hier erfolgreich wird. Es kann auch sein, dass du dir erhoffst, hier eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, gerade wenn es hier um Finanzen geht. Vielleicht ist ein Neuanfang beruflich oder finanziell gerade sehr schwierig und herausfordernd und du hoffst aber, dass sich das alles mega gut entwickelt, sodass du irgendwann sagen kannst, boah, ja, das hat sich aber gelohnt. Und du hoffst also mit dieser Karte darauf, dass sich irgendetwas lohnt, was du jetzt in Gang bringst oder womit du dich auch gerade hier beschäftigst. Dann lass uns mal die nächste Karte ziehen. Jetzt gehen wir einmal dahin, wie sich die Situation weiterentwickelt. Guck mal hier, da haben wir den Stern. Und der Stern sagt uns, du bist auf dem richtigen Weg, da ist neue Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, da geht es um diese Energie, die hier herausfordert und blockierend ist. Es wird sich etwas gefühlt zum Guten wenden. Eine Richtung kristallisiert sich jetzt, etwas zeichnet sich jetzt ab. Das heißt auch hier, grundsätzlich, wenn wir uns mal die Hauptkarten dadurch anschauen, haben wir hier als Hauptenergie die Zehn der Kelche. Die Zehn der Kelche wandelt sich in die Mäßigkeit und geht dann über in den Stern. Mit diesen kleinen Herausforderungen, sage ich mal, die sich hier im Außen zeigen und auch noch einmal hier mit dem Ast der Münzen, haben wir extrem gute Energien für dich, wo es um die Familie, die Seelenfamilie oder eine Gemeinschaft geht oder um dein Glück, deine Erfüllung. Wir sehen Heilung, Harmonie, die gegebenenfalls kommt darüber, dass du dich mäßigen musst oder dass du geduldig sein darfst in deinem Prozess. Neuer Frieden, neue Harmonie kehrt ein und dann wendet sich hier etwas wirklich zum Guten und es gibt neue Hoffnung in einer Angelegenheit. Gehen wir jetzt noch einmal in den Tipp rein für dich. Machen wir den als erstes? Nee, warte mal ganz kurz. Wir gehen jetzt einmal in die Karte rein, die wir ja hier noch haben. Also hier eine Karte der Füllemagnet. Ich lese einmal vor. Richte den Fokus nicht auf das, was du nicht hast, sondern auf das, was du hast. Wofür kannst du gerade dankbar sein? Nichts ist selbstverständlich. Alles um dich herum ist ein Geschenk. Richte ab jetzt deinen Fokus aktiv weg vom Mangel hin zur Fülle. Schaue dich um und zähle zehn Punkte auf, die gerade für Fülle um dich beziehungsweise in dir stehen. Also hier überprüfe nochmal all die Dinge, wofür du dankbar sein kannst, wo Fülle bereits in deinem Leben manifestiert ist, beziehungsweise weil du hier hoffst, dass etwas erfolgreich wird. Überprüfe mal, was alles die Sachen in deinem Leben sind, die sehr erfolgreich sind. Und ich habe das Gefühl, ob das die Familie ist, deine Freunde, aber hier ist definitiv etwas, wo du emotional extrem erfolgreich bist und schreibe dir das vielleicht auch auf. Ja, dann schauen wir noch einmal. Jetzt ist der Tipp hier. Ah, Ast der Kelche. Also packen wir die Karte einmal hier hin. Ja, mit dem Ast der Kelche als Tipp. Es könnte sein, dass es irgendwas gibt, was du emotional klären darfst. Mit dem Ast der Kelche, das kann auf emotionale Heilung hindeuten. Es kann darauf hindeuten, emotionale Blockaden zu lösen. Also das könnte für den einen oder anderen etwas sein, wenn du dich damit bereits beschäftigt hast und überlegt hast, hey, vielleicht gibt es da noch gewisse Blockaden, die ich emotional auflösen kann. Dann mach das, weil dann wäre das der Tipp. Ast der Kelche sagt aber auch, starte etwas Neues, was dir Freude bereitet. Integriere also mehr die Energie von Freude, wobei wir hier sehr viel Freude haben. Und vielleicht ist das genau das, dass du eben darüber nachdenkst, was bringt dir denn Freude? Was sind die Dinge, die dir Erfüllung geben, die deinen Kelch hier zum Überlaufen bringen? Also und weil wir das Ast der Kelche hier haben, Ast ist immer Neuanfang, starte etwas Neues. Hier könnte es einen sehr emotionalen, freudigen Neuanfang geben mit etwas, was dir wirklich sehr viel Freude bereitet. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt diese Situation oder beziehungsweise die Themen für deinen November nochmal im Detail an und zwar mit dem Lennarmor. Ich ziehe dir jetzt einmal die große Tafel, wo wir wirklich in jeden Lebensbereich noch einmal im Detail reinschauen, um dann auch festzustellen, gegebenenfalls, wo sich diese Situation drauf bezieht. Wir schauen uns hier also Beruf, Finanzen, wir schauen uns Liebe und Beziehungen an und alles, was um dich herum liegt und gehen damit nochmal in eine große Legung für deinen November. Wenn du also mit dieser Legung resonierst, dann kann ich dir jetzt empfehlen, mir einmal auf Vimeo oder Patreon zu folgen. Unter diesem Video findest du die beiden Links. Für all diejenigen, die jetzt hier aussteigen, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und ich vertraue darauf, dass du die Botschaften bekommen hast, die jetzt für dich wichtig waren. Für all die anderen, bleib doch nochmal dran, weil wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo lieber Krebs und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe eintauchen und uns einmal die verschiedenen Thematiken für deinen November angucken. Ich habe hier bereits ein paar Karten aus der YouTube-Legung, auf die wir uns auch nochmal beziehen können. Dementsprechend haben wir hier die Hauptenergie, welche wunderschön ist. Zehn der Kelche ist eine ganz tolle Karte. Ast der Münzen ist die Herausforderung. Deine Energie ist die Klarheit, gegebenenfalls Kommunikation. Und dann die Achter Schwerter ist nochmal eine Herausforderung, die in deinem Außen liegt. Aber es wendet sich alles zum Guten. Da kriege ich auch schon einen Stopp rein. Also, lass uns mal starten. Wir starten mit dem Fuchs. Der Fuchs könnte sein, dass du in irgendeiner Situation ein bisschen vorsichtig bist oder eine gewisse Strategie hast im November. So, das heißt, lass mich erstmal die erste Reihe auslegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Ja, insbesondere die Einstiegskarte sagt mir immer, wie eröffnest du quasi das Blatt hier. Ja, und mit dem Fuchs, es geht darum, vorsichtig zu sein, in einer Situation eine gewisse Strategie zu haben, um eine Situation bestmöglich zu beeinflussen, würde ich mal sagen. Wir haben dann neben dem Klee die Chance, eine neue Chance, eine Möglichkeit. Vielleicht bist du sehr vorsichtig bei einer Möglichkeit, die sich dir hier präsentiert. Wobei wir dann auch direkt den Berg haben. Da sehen wir auch noch ein paar Blockaden und Herausforderungen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass irgendeine Chance oder eine Möglichkeit gerade blockiert ist oder mit gewissen Herausforderungen kommt. Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Richtung, in die du gehen möchtest, dass das gerade gefühlt blockiert ist, weil wir hier das Haus des Schiffes haben. Schiff ist gerade hier gefallen. Also während ich das Gefühl habe, dass emotional gesehen jetzt erst mal durch die Tarotkarten wir einen sehr positiven Monat haben, gibt es aber auch eine Herausforderung hier. Das ist das Gefühl, was wir hier im Außen sehen und eben auch mit dem Ast der Münzen bezogen auf eine gewisse Richtung, in die es jetzt weitergehen soll. Bezogen auf ein Ziel, das du hast oder vielleicht auch eine Reise, die du tätigen möchtest. Aber was wir hier auch sehen, ist tatsächlich, dass die Vergangenheit hier nochmal eine große Rolle spielt. Denn du bist hier an dieser Position und dementsprechend schaust du quasi aus dem Blatt raus und du bist gefühlt kurz davor, ein Kapitel abzuschließen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!